Vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber wir Kinder sind gerade dabei, die Welt zu retten. Wir werden versuchen, die Kinder zu retten. Wir werden die Leute zu sensibilisieren. Warum wir uns das so gut? Die Kinder werden sie sich nicht mehr als wenn sie sich jetzt ansehen. Sie werden sie sich nicht mehr als gut und wenn sie sich nicht mehr als gut. Wir wollen etwas besser für den Zukunft. Ich bin nicht beurteilt für andere Kinder. Wir können alle Angst haben, und sich die Veränderungen zu verändern. Alle zusammen, ich hoffe, dass wir uns invinciben werden. Wir sind in der Zukunft. Ich habe die Idee. Es ist eine verrückte Idee, aber es ist eine Realität. Ja, wir können! Wir sind in der Zukunft.